So, der Raum ist wieder leer. Drei Jahre sind vergangen, seit der letzten Ausstellung jetzt. Ich habe mich wieder zurückgezogen, habe ein bisschen gearbeitet, habe geformt und versucht, wieder ein neues Konzept auf die Beine zu stellen. Am 17. Mai werde ich wieder mit der Unterstützung von René Klimaschewski, a.k.a. Morbus M, hier versuchen, eine visuelle und eine Audio-Installation aufzubauen. Wer meine Bilder kennt, weiß, in welche Richtung die Thematiken gehen. Wir sind gespannt. Wir fangen jetzt an. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Das ist so ein bisschen der Teaser. Ich würde mich über jeden Gast freuen. Ansonsten sehen wir uns spätestens am 7. Mai. Bis dahin. Tschüss.